Jetzt, liebe Wille und Wille, haben Sie es in der Hand. Sie allein, Sie allein entscheiden über die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland. Nicht irgendjemand anderem. Sie allein. Nicht Umfragen und nicht Kommentatoren. Ich bin vor 44 Jahren in die SPD eingetreten, weil ich etwas mit zum Aufbruch beitragen wollte. Für ein Land, das weltoffener, toleranter, chancengerechter ist und das nach innen und außen friedfertig ist. Das war mein Grund, in die SPD einzutreten. Und ich glaube, dass wir heute wieder einen solchen Aufbruch brauchen. Denn wir haben vier Jahre weitgehenden Stillstand erlebt. Vieles ist liegen geblieben. Vieles ist ausgesessen worden. Und wir leben von der Substanz. Und das möchte ich gerne ändern. Dazu bedarf es einer Regierung, die geführt wird. Eine Regierung, die nicht im Kreisverkehr nur verhaftet ist, ohne Richtung und ohne Richtlinien, sondern die handelt. Deshalb möchte ich mit Ihnen als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland dafür Sorge tragen, dass wir uns zum Besseren entwickeln. Ich möchte gerne mit Ihnen dafür Sorge tragen, dass das sozial Gerechte übereinstimmt mit dem ökonomisch Vernünftigen. Das kann uns gelingen. Auf dem Arbeitsmarkt, bei den Renten, bei der Investition für Infrastruktur, bei der Kinderbetreuung und auch in und mit Europa. Ich habe mit vielen Bürgerinnen und Bürgern gesprochen in den vergangenen Monaten über meine Reisen nach Ost, West, Nord, Süd, die mir gesagt haben, sie wollen eine größere Gemeinwohlorientierung. Die gesagt haben, da ist einiges aus dem Ruder gelaufen. Sie haben eine Sehnsucht nach den eigentlichen Werten der sozialen Marktwirtschaft. Maß und Mitte. Balance. Dass die Steuerzahler nicht die Dummen sind, dass die Steuerzahler nicht haften für die Finanzzockerei von Banken und ihrer Risikoignoranz. Dafür stehe ich. Sie haben die Chance, am 22.09. mit Ihrem Votum für mich und die SPD dafür Sorge zu tragen, dass wir Tatkraft zeigen für einen neuen Kurs, in dem in Deutschland nicht nur besser, sondern auch anders regiert wird. Mein Plan von Deutschland ist gerechter, weil stärker. Meine Vorstellung von Deutschland ist, wir wollen gerechter sein und gleichzeitig auch diese Gesellschaft zusammenhalten. Wir wollen mehr wir weniger als ich. Das ist mein Plan von Deutschland und dafür werbe ich um Ihre Unterstützung am 22.09.